Walter Eucken war ein deutscher Ökonom. Er war Vordenker der sozialen Marktwirtschaft und begründete die Freiburger Schule des Odoliberalismus. Leben Walter Eucken wuchs in Jena im Haus seiner Eltern, des Philosophen- und Literaturnobelpreisträgers Rudolf Eucken und der Malerin Irene Eucken auf. Ein Bruder war der Physikochemiker Arnold Eucken. An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und der Universität Jena studierte Eucken-Geschichte, Staatswissenschaft, Nationalökonomie und Rechtswissenschaft. Ab 1910 war er Mitglied des Korps Saxonia Kiel. Sein Studium schloss er 1913 mit einer Dissertation bei Hermann Schumacher ab. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde er Schumachers Assistent an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. Gleichzeitig war er als Redaktionssekretär von Schmollers Jahrbuch tätig. 1920 heiratete er die jüdische Schriftstellerin Edith Erzig, die in Smollensk geboren und aufgewachsen war. 1921 habilitierte er sich in Berlin. Bis 1925 Privatdozent folgte er 1925 dem Ruf der Eberhard-Karls-Universität Tübingen auf einen Lehrstuhl. 1927 wechselte er als O. Professor Andy Albert Ludwigs-Universität Freiburg, an der er bis zu seinem Tode tätig war. Er starb kurz vor Vollendung der Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Als er an der London School of Economics eine Vortragsreihe unter dem Titel Eis an Zirkses Full AGE hielt. Wirken Anfang der 1930er Jahre gründete Walter Eucken mit den Juristen Franz Böhm und Hans Großmann dort die Freiburger Schule. Als nach 1933 in Freiburg unter dem Rektor Martin Heidegger eine nationalsozialistische Universitätsverfassung eingeführt wurde und die Judenverfolgung im Wissenschaftsbetrieb begann, bezog Eucken Offenstellung. Eucken wurde, wie der Historiker Bernd Martin feststellte, zum eigentlichen Widerpart und Herausforderer des die nationalsozialistische Hochschulpolitik vorantreibenden Rektors. Bereits 1936 forderten Freiburger eines Studenten, Walter Eucken und seine Freunde umzubringen. Gleichzeitig waren seine Frau Edith Eucken Erzig und ihre Familie wegen ihrer jüdischen Herkunft bedroht. Trotzdem hielt Eucken damals eine Vorlesungsreihe für die Freiheit des Denkens mit dem Titel Der Kampf der Wissenschaft. Die Gestapo verhörte Walter Eucken mehrfach, verhaftete ihn jedoch nicht. Drei Freunde Euckens aus dem Freiburger Kreis Die Ökonomen Adolf Lampe und Konstantin von Dietze sowie den Historiker Gerhard Ritter inhaftierte das NS-Regime bis Kriegsende. Eucken gehörte zu den Beratern der französischen und amerikanischen Militärregierung, die später als Eudoliberalismus bezeichneten. Wirtschaftspolitischen Grundgedanken der sogenannten Freiburger Schule lagen den Reformen zugrunde, mit welchen Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armock die zunächst planwirtschaftliche Wirtschaftsverwaltung der ersten Nachkriegsjahre ablösten. Eucken beschäftigte sich nicht nur mit Ökonomie, sondern interessierte sich auch sehr für Philosophie und Geschichte. Zu den Menschen, mit denen er sich geistig austauschte, gehörten Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen und Künstler wie Z. B. Friedrich August von Hayek, Josef Schumpeter, Werner Heisenberg, August Macke, Ernst Ludwig Kirchner, Max Reger, Hermann Staudinger. Als er 1947 an der Gründung der Montpelerin-Gesellschaft teilnahm, kamen neue Kontakte zum Beispiel mit dem Philosophen Karl Popper hinzu. Von besonderer Bedeutung war für ihn seine Freundschaft mit Edmund Husserl, der ihn wissenschaftstheoretisch stark beeinflusste. Kritisch setzte er sich nicht nur mit den Ideologien in der Ökonomie auseinander, sondern generell mit den Ideologien der Macht. Zu den Traditionen des freiheitsfeindlichen Irrationalismus rechnete er nicht nur die Philosophen Friedrich Nietzsche und Martin Heidegger, sondern auch den Voluntarismus Martin Luthers, die Volunte Generale Jean-Jacques Rousseau und die Fortschrittsideologie Henry de Saint-Symons. Wissenschaftliches Werk Im Mittelpunkt von Eukens Arbeit stand die Frage des Zusammenhangs von Macht und Freiheit und Armut. Auf Basis dieser Analyse könnten die Rahmenbedingungen für eine Wirtschaftsordnung bestimmt werden, die zugleich die größtmögliche Freiheit und eine rationale Steuerung der Wirtschaft ermöglicht. Er war davon überzeugt, dass die wirtschaftspolitische Tätigkeit des Staates auf die Gestaltung der Wirtschaftsordnung gerichtet sein sollte und nicht auf die Lenkung der Wirtschaftsprozesse. Mit dieser These gilt Euken als Begründer des Ordo-Liberalismus und als einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft. Sein wohl wichtigstes Werk Grundlagen der Nationalökonomie veröffentlichte Euken 1939. Hier formulierte er seine Hypothese von der Interdependenz der Ordnungen. Marktwirtschaft bedingt den freiheitlichen Rechtsstaat. Zentralverwaltungswirtschaft Wie sie die Nationalsozialisten seiner Zeit in Deutschland eingeführt hatten und wie sie in der Sowjetunion und später in den osteuropäischen Staaten des Rates für gegenseitige wirtschaftliche Zusammenarbeit praktiziert wurde, braucht zu ihrer Durchsetzung die Diktatur. Kaum weniger bedeutend sind seine 1952 Postum von seiner Frau Edith Euken-Erzig und seinem Assistenten Karl-Paul-Henzel herausgegebenen Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Zum Standard des Lehrbuchwissens gehört heute Eukens Unterscheidung moderner Wirtschaftsordnung in Zentralverwaltungswirtschaft und Verkehrswirtschaft. Kriterium zur Unterscheidung war für Euken jedoch nicht, wie heute oft üblich, die wirtschaftliche Aktivität des Staates, sondern die Verteilung wirtschaftlicher Macht. So ist für Euken der Gegenpol zur Zentralverwaltungswirtschaft, in der eine Zentrale über die größtmögliche Macht verfügt und der Einzelne maximal entrechtet ist. Nicht etwa die freie Marktwirtschaft des Laissez-Faire. Der Gegenpol ist vielmehr der vollständige Wettbewerb, bei dem niemand über die Macht verfügt, einen anderen ökonomisch zu lenken. Zwischen diesen beiden Polen gibt es einen weiteren Ordnungstyp, die vermachtete Marktwirtschaft. Bei diesem Ordnungstyp können einzelne Machtgruppen durch Preispolitik oder Lobbyismus in die ökonomische Freiheit anderer Marktteilnehmer eingreifen. Eine gemäß dem Laissez-Faire-Prinzip sich selbst überlassene Wirtschaft führt nach Eukens Überzeugung systematisch zu einer Wirtschaftslenkung durch. Machtgruppen, so erklärt Euken im Vorwort für den ersten Band des Jahrbuchs Oddo. Nach Ansicht von Karl Georg Zinn gab Alfred Müller am Markt der Sozialpolitik und der staatlichen Konjunktur- und Strukturpolitik ein weit größeres Gewicht als Euken. Für den Sozialpolitik allenfalls als Minimalprogramm gegen extreme Missstände erforderlich erschien und der Konjunkturpolitik für schlichtweg überflüssig. Jahr schädlich hielt, weil eine ideale Marktwirtschaft, wie er sie in seiner Ordnungstheorie meinte, entworfen zu haben, überhaupt keine zyklischen Konjunkturen und Krisen mehr aufweisen würde. Richtig verstandene Sozialpolitik war für Euken identisch mit der Politik. Zur Ordnung der Wirtschaft Die Wirtschaftspolitik schließt in der Vorstellung Eukens die Verantwortung für einen hohen Beschäftigungsstand mit ein. Für den traditionellen Bereich der sozialen Sicherung gegen Arbeitslosigkeit sowie die Unfall-, Gesundheits- und Altersversicherung ergibt sich eine unstrittige sozialpolitische Begründung. Doch über die Wettbewerbspolitik hinaus seien mit Hilfe einer speziellen Sozialpolitik Vorkehrungen notwendig, um Lücken auszufüllen und Härten zu mildern. Insbesondere für die Arbeitsmarktverfassung sieht er zusätzlichen Handlungsbedarfe des Staates. Da die Arbeit keine Ware sei und zwischen Sachgüter- und Arbeitsmärkten Unterschiede bestünden, die zu beachten sind, so seien Arbeiterschutzmaßnahmen notwendig, um Missstände zu beseitigen. Neben staatlichen Maßnahmen komme den Gewerkschaften große Verdienste zur Verbesserung der Lage der Arbeiter zu. Obwohl monopolatige Organisationen, seien die Gewerkschaften freilich durch monopolistische Übergewichte der Unternehmer auf den Plan gerufen worden. Werke Die Verbandsbildung in der Seeschifffahrt Altenburg S.A. 1914 DNB 570.150.450 Die Stickstoffversorgung der Welt Eine Volkswirtschaftliche Untersuchung Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1921 DNB 573.933.359 Staatliche Strukturwandlungen und die Krise des Kapitalismus in Weltwirtschaftliches Archiv 36, 297 bis 321 Kapitaltheoretische Untersuchungen Fischer Jena 1935 Auflage Moor, Tübingen 1954 Die Überwindung des Historismus in Schmollers Jahrbuch 63, 63 bis 86 Die Grundlagen der Nationalökonomie Jena 1939 U.Ö. Nationalökonomie Wozu Bad Godesberg 1947 Fünfte Um ein Nachwort von Walter Oswald Erweiterte Auflage Klettkotter Schäfer-Pöschel Stuttgart 2005 ISBN 3-6089-41312 ISBN 978-3-7910-30081 Die Wettbewerbsordnung und ihre Verwirklichung in Otto 2, 1 bis 99 Unser Zeitalter der Misserfolge Fünf Vorträge zur Wirtschaftspolitik Moor, Tübingen 1951 wieder unter dem Titel Wirtschaftsmacht und Wirtschaftsordnung Londoner Vorträge zur Wirtschaftspolitik und zwei Beiträge zur Antimonopolpolitik Mit einem Nachwort von Eukens Enkel Walter Oswald LIT Münster 2001 Auflage 2009 Grundsätze der Wirtschaftspolitik HSG Von Edith Euken-Erzig und Karl Paul Hänzel Mit einem Nachwort von Edgar Salin Franke, Bern und Moor, Tübingen 1952 U.Ö. Herausgeber Mit Franz Böhm und Hans Großmann Dörth Ordnung der Wirtschaft 1937 FF Mit Franz Böhm Ordau Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft BD Erste Godesberg 1948 bis heute fortgeführt